Hallo alle zusammen und willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 10. Im letzten Part haben wir Simo besiegt. Vom zweiten Anlauf. Und leider mussten alle unsere... Passt alle, okay sie leben mittlerweile wieder, weil wir beim Sprecherpunkt waren. Mussten Valfaris, Yifrit, Isshin und Shiba ihr Leben lassen. Damit wir mit einem blauen Auge davon kommen und Baham und Hattin. Endstrich gezogen. Und nun werden wir weitergehen. Nach Senna Kent. Also der Bosskampf war echt schwer, muss ich schon sagen. Was sind das? Das sind die Verzüge. Ein Summoner. Einige die Verzüge. Einige die Verzüge. Einige die Energie aus allen. All of them. This many? Who wields power on this scale? And what could they be calling? Hey, you know something, don't you? Spill the beans. Look not to others for knowledge. This is your journey, too. Yumi might die, you know? No. Arryn's right. Huh? This is our... This is my story. Don't get it. This is my story. This is my story. This is my story. I can't. Kein Menü, gar nicht. Aber wie, wie? Aber... Warte, guck mal. Ist das nicht gra... Äh... Okay. Ist hier irgendwo? Kann ich hier irgendwas machen? Ich hab nicht mal ne Karte. Aber irgendwie sieht das schön aus. Aber nur verstehe ich jetzt nicht ganz, warum wir jetzt in unserem Sender kein Sinn. Und warum Arryn uns nichts sagen will. Ist das unsere Wohnung? Schöner Ausblick. Ausblick. Das ist nás brutal. Du? Erinnerst du mich? Wir limelte uns in Bavale. Ah,一定... Aber das 1 an zuentliche Ishupik war war days. Spannst du euch das lange Zeit. LLTLTLTLTLTLT. Es für auch. Ich glaube ich, euch zu wissen. Die Szene hatten wir doch mal ganz kurz am Anfang des Spiels. Was? Wie ist denn ein Traum? Warte, bleib da, erzähl mehr. Spiel mir, hab ich's. Spiel mir mir. Ja, mit Machina, richtig? Ja, eine Krieg zwischen Zanarkand und Bevel. Bevel die Machina assured ihr zufrieden von Anfang, Spira hat nie so viel Macht. Die Zanarkand-Zanarkand nie standen eine Chance. Zanarkand war auf Oblivion. Das ist deshalb versucht wir ihn zu retten, wenn nur in einem Geheimnis. Was hast du? Die Zanarkand-Zanarkand und die Stadtpersonen, die die Krieg überwohlen, die Krieg überwohlen. Sie wurden alle Fahne, die Fahne für die Summonation. Die Summonation? Du sagst die Schmöne? Nein, meine ich dieses Ort. Ein Zanarkand, der nie schläft. Was? Die Träume der Fahne schrauben die Membrüse der Stadt. Sie schrauben alle die Gebäude, alle die Leute, die dort leben. Die Menschen? Was? Sie sind alle Fahne? Ich auch? Ja, Sie sind ein Fahne der Fahne. Sie, dein Vater, deine Mutter, alle alle Fahne. Was ist dann? Sag schon! Ein leeres Sinn erkennt. Ein Sinn erkennt, das gar nicht existiert. Nein! So what if I'm a dreamer? I... I like being here. We've been dreaming so long. We are tired. Would you and your father... Would you let us rest? Both you and your father have been touched by Sin. Sin, the one around whom all Spira, the Spiral, evolves. What are you saying? Das kapiere ich jetzt auch nicht. You two are more than just dreams now. Wake up! Wake up, please! Ich jetzt! Just a little more. And maybe... Maybe you are the dream that will end our dreaming at last. Gah! Are you alright? Oh, phew! Hey, we were so worried about you. Are you okay? I... I'm okay. What happened...? Ok, jetzt habe ich einen größeren Durchblick, also wir existieren ja eigentlich gar nicht. Also sprich, wir sind eigentlich auch ein Leibloser, weil wir wurden damals bei diesem Krieg getötet. Und Aaron vermutlich auch. Als der Krieg zwischen Bewell und Sennecant ausbrach und Yevon beziehungsweise Bewell hat den Leuten erzählt, dass Sennecant die Machina verwendet hat. Und nicht sie selbst. Also ich muss gestehen, ich bin, ich hasse Yevon. Ja, kann man so sagen und Bewell. Und dass Sennecant, was wir kennen, existierte eigentlich ja gar nicht mehr, sondern wir haben das nur geträumt, weil wir ein Leibloser sind. Verstehe ich das richtige Spiel? Oh, hi, Behemoth. Heiliger Rinderbahn. Vorsicht, vor der Attacke aufschließen. Ähm, Tiddy? Ja, komm Aaron, du bist doof. Geh weg. Geh weg Aaron, du bist doof. Ich mag dich nicht. So, du kannst da mal Blind-Hieb machen. Ja, schön, dass du im Mond dagegen bist. Mich würde mal interessieren, ob ich von dir was lernen kann. Wenn ich mal dahin komme, wie würde. Ne, lerne ich nicht. Hier, sie ist dezent tot. Auch nur dezent. Können wir das nur machen? Schön, dass du gegen jeden Kackdreck im Mond bist. Leider sehen wir nicht, wie viel Leben passt. Ich wollte eigentlich Tidys heilen. Ich hole mal den lieben Aaron rein. Dann hole ich Riku rein. Und Riku was klauen kann. Glitzer. Dankeschön. Bitte nicht, Juno. Au. Au. Arme, du. Also. Behemoth wirkt ziemlich aufgebracht. Au. Ich glaube, Lulu bekommt jetzt nichts, ne? Lulu erlernt die Ekstase Triumph. Also wenn man stirbt, kriegt man trotzdem was. Okay. Weil er ist ja im Kampf gestorben. So, Juno. Und dich heilen, so. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Eigentlich wollte ich ja gar nicht gegen Behemoth kämpfen, aber... Einmal speichern zum Mitnehmen. Nach diesem seltsamen Traum, den wir gerade hatten. Eigentlich haben wir bis jetzt nicht wirklich viel erreicht in dem Part. Wie kommt das immer so vor? Wir haben schon 15 Minuten, wir haben nicht wirklich was... ...erreicht in dem Spiel, ne? Das bist du Küsschen. Mann, da. Gora. Mal hast du Flügel. Das Problem ist, ich kann ja lululululululululululululululululululululululululululululululululululululensetzen. Au. Kim nature. Kannst du von dem Viech was lernen? Bei uns fehlen, ich habe nachher gut uns fehlen nur mehr zwei Sachen für Kimari zum Lernen. Nur ist die Frage halt was? Das weiß ich nicht. So. Machen wir halt Wacker mal rein. Da machen wir mal den Blind-Hieb. Oh. Hatten wir T-Tips hat Dings, du hast geklaut, du hast geblockt. Machen wir Lulu rein. Und machen... ...Folgerwut. Ausnahmsweise. Oh. Ich hätte Tränen schon. Ich komme nie weiter als sieben. Schönen Dank auch. Einmal Feiger zum Mitnehmen. Danke. Haben wir das Ding auch schon mal besiegt? So. Ich stehe sowieso gleich neben mir, neben dem Spheoriden von dem her. So, gehen wir mal da lang. Oh. Nein, was sind das? Nein. Au. Tidus. Ciao. Gegen euch wollen wir nicht kämpfen vor euch jede Dinge. Ist jetzt einfach nur popale Biester, die gerade meine Lulu fast umgebracht hat. Ich nehme seit Zeiten. Und Kimaru auch. Äh, wacker. Aber ich wollte nicht da rein. Okay, dann nicht. Nicht schon wieder. Bye. Gegen euch will ich nicht kämpfen. Ihr seid doof. Ich bin da jetzt eigentlich gar nicht lang. Wenn ich ehrlich bin. Ich möchte mal einen anderen Weg lang gehen. Ach, nicht schönen Hinterhalt. Tschau. Ach so, kann ich nicht lang. Okay. Verstanden. Oh Gott, was bist du? Was bist du zur Hölle? Das ist ja nicht normal. Das ist ja nicht normal. Ähm. Schön. Kann Kimaru von dir was lernen? Himmelswind. Mach mal Feuer. 48. Ich glaube wir flüchten vor dir. Kimaru hat jetzt von dir was gelernt. Der Rest ist uns egal. Nein. Bye. Bye. Julia und den Schirm菜cept geworden ich werde nächste abend und hier die Bergfl 가격tor denn wir sind und hat diese Hölle weiter werden und 20 bis zum nächsten Mal